User entered your channel So, dann schauen wir mal, wir haben jetzt zwei Lights dabei Ja, einer links, einer rechts von der Caldera, einfach mal ein bisschen spicken Ja, ich gucke links User joined your channel So, wir bleiben jetzt erstmal in der Mitte der Caldera stehen so auf Höhe F, kann da mal weg, E4 um den Dreh und lassen die Scouts mal ein bisschen arbeiten Moin, Mädels, seid ihr genug? Ja Gut, ich wollte für heute sowieso absagen, weil ich hab Besuch Aber die nächsten zwei Wochen können wir zocken ohne Ende, meine Kinder sind in England und dann hab ich die ganze zwei Wochen den PC von meiner Tochter Oh, rechte Seite Schulreise oder was, ne? Ich bin ja so begeistert von, von, äh, deinem... Alle aufstellen, äh, zu Rich an der rechten Seite der Caldera, also bei D5 ungefähr Alle mal da aufstellen Sind alle Dicken da vorne, die gucken alle in Richtung Krater, bleiben aber noch da stehen Richtig, pass auf, Alex, ich war da gar nicht Ich wusste Ich wusste Warum seid ihr eigentlich hier oben und nicht im eigenen Kanal? Weil wir auf die Blackwatches warten, um gegen die zu spielen Alles klar So Mädels, jetzt bin ich wieder da Was macht ihr an der drei Besatzung? Spielen Nehm ich mal an Normalspielen Ihr habt da oben den UAV laufen Alles klar So, ich mach jetzt folgendes Ich mach jetzt folgendes Ich mach jetzt folgendes Ich spiele jetzt den Köder Ich hab ein bisschen mehr Range als ihr Ich geh jetzt außenrum um... Oh, die kommen! Okay, Sturm Richtung Atlas Sturm Richtung Atlas Voll, 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 voll Gas Ach, da hinten? Was mit den beiden Direwolf'n da drüben? Die hauen uns grad Äh, die haben genau das gemacht, was ich wollte eigentlich, ey Schweinebacken, nur früher Hab einen gekillt von den beiden Direwolves Ja, immer drauf Immer feste drauf Wollen wir jetzt den nächsten Versucht bei D5 hinter den Berg zu kommen Weil einige von denen Bei beiden Direwolves Gut, einige von denen stehen nämlich hinter der Ridge Die können nicht so schnell aufschließen Mach die Gruppe fertig, die da steht Wollen wir jetzt die Katapult mit den LRM Hier Delta und solche Sachen Da war alles, was bei Delta steht an Gegnern Ich komm auch hinterher jetzt Kann grad keine Ansagen machen Erstes Ohr weg Okay Äh, hier den, äh, Trebo Wer? Wer? Lass den hier Der ist hier bei E Trebo geleckt Sehr schön So Da haben wir ein Light Delta Auf den ist erstmal geschissen Auf den, auf den ist geschissen Auf Emil, auf Emil Ja, Emil Timber Au, scheiße Mein Bein hat's erwischt Und dann Sehr schön Da hinten war ein Katapfrakt Über die Ridge war irgendwo ein Katapfrakt Rechts, Hill Mad Dog Ja, Mad Dog Boah, Arti, pass auf Arti, pass auf Sehr schön, sehr schön Weiter pushen Weiter, 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 weiter Weiter laufen Ähm, Katapult Sehr schön Hab ich gelegt, glaub ich Kitfox ist down Ja Und da vorne haben wir noch einen Da vorne haben wir noch einen Eder Geleckt Oh, jetzt haut ihn um Target Destroy Sauber Nice Das war klasse Das war klasse Schöne Sache, Leute Sehr schön Wie zu spät gekommen Wie geht das nicht, Leute Wollte Erik kann nur zustimmen Ich bin auch gestorben Ich bin auch gestorben Ja, du hast es verdient Ja, du hast es verdient Ja, du hast es verdient Das war für mich gelohnt, reinzukommen Oh, war doch hübsch Wunderbar Der Kampf gegen den Kitfox und den Trebuchet war halt ein bisschen viel Ja, klar Ja, ja, Alex Du hast auch Ich bin auch gestorben Ich bin auch gestorben Ja, ich bin auch gestorben